Liebe Kampfkatzen, was soll ich sagen? Das Kampfkatzentraining muss ein wenig pausieren. Wir machen nur eine kleine Pause und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder gesund und munter am Sonntagvormittag mit dem Gimli natürlich zusammen wiedersehen. Der Gimli hat nämlich noch so viel zu erzählen und der Frank möchte euch gerne noch so viel weiter beibringen. Bitte bleibt gesund. Ich freue mich auf euch, wenn wir uns hier in der Tanzschule ganz bald wiedersehen. Ganz liebe Grüße, euer Frank. Gebt teil!